Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Unstruth Heinig TV. Heute mit dem Thema, die Mittelstandsgruppe Unstruth Heinig meldet sich zurück. Ja, liebe Freunde, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, heute wollen wir uns mal wieder melden. Viele von euch haben sich gefragt, wo seid ihr die ganze Zeit gewesen? Und deswegen haben wir heute den Weg hier an den Heinig gewagt. Und Heiko Hesse, Andreas Svoboda und Matthias Oswald, wir sind heute da und vertreten die Unstruth Heinig Mittelstandsgruppe und geben heute mal wieder ein Lebenszeichen von uns ab. Lieber Andreas, viele haben gefragt, was macht ihr eigentlich gerade? Macht ihr noch Demos? Was ist gerade los? Man hört von euch nichts mehr. Ja, wir haben Demos gemacht. Die können wir leider in der Form momentan gerade nicht umsetzen, weil halt betrieblich die Arbeit auch wieder angestiegen ist. Es war immer mit sehr viel Aufwand verbunden, hat uns aber auch sehr viel Spaß gemacht. Aber momentan lässt die Zeit auch nicht zu. Auch die Zuschauer, die Besucher wurden etwas weniger. Es ist momentan nicht die Zeit für Demonstrationen, sondern es stehen wieder andere Dinge im Vordergrund leider. Aber wir haben nicht aufgehört, zu arbeiten und zusammenzusetzen und mit den Themen uns zu befassen. Ja, lieber Heiko, was waren die Themen, die euch uns zusammengebracht haben? Und was sind die Themen, die jetzt auch noch da sind? Die Themen, die uns zusammengebracht haben, sind dieselben Themen, die heute auch noch da sind. Eigentlich alles angefangen über das Thema grüne Kennzeichen, Agrardiesel, also klassisch aus der Landwirtschaft. Aber auch dann, so wie wir dann zusammengekommen sind, in die Mittelstandsgruppe, Thema CO2-Steuer, Lkw-Maut. Aber auch nicht zu vergessen, die Mehrbesteuerung der Gastronomie wieder auf 19 Prozent. Das sind ja die Themen, die uns zusammengebracht haben und die es heute auch noch nach wie vor gibt. Ja, an der Stelle auch noch mal von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank für alle diejenigen, die uns begleitet haben bei den Demonstrationen in Bad Langensalza oder in Mühlhausen oder die auch mit nach Erfurt gefahren sind an dem besagten 11. Januar? 6. Januar. 6. Januar? 6. Januar, ja. Okay. So, und das war wirklich phänomenal. Und an der Stelle auch noch mal einen Riesendank an alle, die diese Demonstrationen möglich gemacht haben. Ihr als Zuschauer, aber auch die Polizei, die Behörden, der Unschuld-Heinig-Kreis, die Städte Langensalza-Mühlhausen. Wir haben da viel Hilfe erfahren. Wir wissen, dass das im hessischen und niedersächsischen teilweise ganz anders gelaufen ist. Und an der Stelle einen herzlichen Dank an allen, die es uns ermöglicht haben, zu euch zu sprechen. Und auch wenn wir momentan keine Demonstrationen machen, es geht weiter. Denn die Probleme, die wir ja haben, sind ja aktuell nicht gelöst, wie du schon gesagt hast. Und ja, was werden wir jetzt in Zukunft machen? Wie werden wir weiterhin wahrgenommen werden, Andreas? Naja, wir, wie schon gesagt, wir treffen uns weiterhin regelmäßig im 14-tägigen Turnus. Wir versuchen, die Forderungen, die wir ja festgestellt haben, nicht gelöst sind. Wir erkennen jedes Mal auch noch neue Probleme, die dazukommen. Wir versuchen, die zu kanalisieren, zu bündeln und dann auch in die Politik zu tragen. Und auch in die jetzt zur Wahl stehenden Kandidaten auch nahezubringen, dass sie in ihr politisches Konstrukt eingearbeitet werden können, dass wirklich Politik gemacht wird von der Bevölkerung nach oben. Lieber Heiko, wir sind ja hier im Unstutt-Heinig-Kreis. Ländlicher Raum, der ländliche Raum lebt vom Mittelstand, lebt vom kleinen Mittelstand, lebt von der arbeitenden Bevölkerung. Heiko, was ist dir weiterhin wichtig? Ja, dass wir diesen Mittelstand bewahren. Der Mittelstand ist alles, was wir hier, gerade im Unstutt-Heinig-Kreis, im ländlichen Raum haben. Das ist der Motor unseres Landkreises. Das sind die Unternehmer, wo unsere Arbeitnehmer arbeiten. Das ist das, was alles ausmacht hier. Und das ist ja nicht nur das, dass wir in Lohn und Brot stehen, sondern das sind auch das ganze Thema Vereine. Wer unterstützt die Vereine im ländlichen Raum? Das sind die mittelständischen Unternehmen. Und da spreche ich jetzt ganz speziell aus dem Thema Sportverein oder aus dem Fußballverein raus. Aber es ist ja nicht nur der Sport, es sind ja auch Kunst, Kultur und so weiter, was davon lebt. Also ich sage mal, der Karnevalsverein oder der Blasmusikverein oder der Chor. Alles muss irgendwo unterstützt werden. Alle brauchen gewisse Gelder, damit die Vereine leben können. Und das macht der Mittelstand hier in unserer Region für unsere Vereine. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wir haben ja immer gesagt, wir sind keine Partei und wir schreben auch nicht dazu, eine Partei zu werden. Und trotzdem war es uns wichtig, uns zu Wort zu melden als Stimme des Mittelstandes und als Stimme der Mittelschicht. Und an der Stelle ist uns immer wieder klar geworden, dass wir momentan in Deutschland ein Gefälle haben zwischen einer echt stark urban geprägten Politik, die uns auch in Berlin und sowas vertritt, und einer ländlichen Politik, die fast nicht vorkommt oder kaum vorkommt. Und an der Stelle war und ist einfach unser Thema, dass wir die Themen beim Nahen nennen, dass wir sagen, wie die Sachen sind, zur Sache, nicht zur Person. Wir sprechen mit allen nicht polemisch oder polemisch nur mal nebenbei, aber eigentlich immer zur Sache. Es ist uns wichtig, dass wir an die Sachen rangehen. Und an der Stelle einfach nochmal an euch die Frage, wir machen ja weiter, wie wir gerade schon gehört haben. Es werden verschiedene Formate werden. Welche Formate, wissen wir noch nicht genau. Aber wir werden uns immer wieder an euch zu Wort melden, sei es jetzt über das Unstruth-Heinig-TV, sei es über andere Dinge. An der Stelle einfach nochmal die Frage an euch. Ich will mit Heiko beginnen. Heiko, was wünschst du dir? Was muss ich im Unstruth-Heinig-Kreis an Denkweise, an realen Dingen verändern? Wenn du dir was wünschen kannst, was wäre das? Ja, dass einfach kommunale Politik gemacht wird für den Bürger im Unstruth-Heinig-Kreis, für die Unternehmen im Unstruth-Heinig-Kreis. Wir müssen alles mitnehmen. Ich sage immer, wichtig ist doch im ländlichen Raum ein Dreiklang. Ein Dreiklang aus Politik, aus Wirtschaft und aus Vereinen. Und die müssen als Dreiklang zusammenarbeiten. Wenn das funktioniert, machen wir auch den ländlichen Raum weiterhin lebenswert für junge Menschen. Und das muss doch alle unser Ziel sein, dass wir es schaffen, junge Menschen hier in unserer Region zu halten, die hier ihr Lohn und Brot verdienen, die hier ihre Familie gründen und die hier auch weiterhin in den Vereinen wirken und mitwirken. Und ja, das ist das, was ich mir wünsche, dass eigentlich unsere Politiker Politik für uns machen. Andreas, was wünschst du dir für die Menschen aus dem Unstruth-Heinig-Kreis? Ja, da schließe ich mich den Worten von Heiko natürlich sehr gerne an. Ergänzen möchte ich da an der Stelle, dass wir halt weiterhin oder vielleicht sogar noch besser gemeinsam Lösungen entwickeln. Das heißt, dass die Politik und die Wirtschaft Lösungen entwickelt und nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken hat. Nach dem Motto, du stellst einen Antrag, hast was vor, stellst einen Antrag, ja oder nein, sondern dass man sagt, was habe ich vor? In Kommunikation kommt noch, vielleicht sogar noch besser, als es bisher hier funktioniert. Im Unstruth-Heinig-Kreis, dass wir uns als Unstruth-Heinig-Kreis, als starke Region im Land Thüringen wiederfinden und präsentieren, dass wir attraktiver werden für die Ansiedlung und für die wirtschaftliche Entwicklung. Weil das ist die Grundlage allen, dass die Leute eine Arbeit haben, mit der sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Und das ist extenziell für unsere Region. Ja, wir haben viele Probleme in unserem Land und die buchstabieren sich natürlich auch runter auf unseren Unstruth-Heinig-Kreis. Wenn wir ein allgemeines Energieproblem in Deutschland haben, für sichere und bezahlbare Energie, dann merken wir das im Unstruth-Heinig-Kreis. Wenn wir ein allgemeines Steuerproblem haben, ein allgemeines Bürokratieproblem, was von Brüssel über Berlin zu uns nach Mühlhausen, nach Schönstedt, nach wer weiß, wohin kommt, dann haben wir alle das Problem. Und wir haben diese Themen bei unseren Veranstaltungen ja immer wieder auch benannt. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber die ernsten Probleme, die alle benannt wurden und die jeder auch aus seiner Sicht, sei es der Gartencenter, sei es der Gastronom, sei es die angestellte Lkw-Fahrerin, sei es der Zahnarzt, sei es der Herr Ziegenfuß oder wer auch immer da gesprochen hat. Diese Themen will ich an der Stelle jetzt gar nicht mehr wiederholen, aber sie sind alle noch aktuell und alle noch akut. Und an der Stelle einfach der Aufruf an die Politik, geht an die Sachen, lasst uns gemeinsam sprechen, hört auf mit den Polemiken. Wenn ich heute wieder die Thüringer Allgemeine aufschlage, sehe ich nur Polemik an vielen Stellen und die Sachthemen, die finde ich auf Seite 3, auf Seite 4, das kann nicht sein. Wir müssen die Themen, die Sachthemen, die uns wirklich nach vorne bringen, auf Seite 1 haben. Und ja, es tut manchmal weh, die Sachen beim Namen zu benennen, genauso wie es weh tut, wenn der Zahnarzt manchmal mein Karies wegbohrt. Aber was passiert denn, wenn mein Karies bleibt? Irgendwann muss ich die Wurzelbehandlung haben, die im Zweifelsfall viel teurer und auch viel schmerzempfindlicher wird, als wenn ich es im Vorfeld angegangen wäre. An der Stelle wirklich der Appell, lasst uns zur Sache reden. Wir als Mittelstandsinitiative, als Mittelstandsgruppe, wir sind weder rechts noch links. Wir sind Mitte, wie es unser Name sagt. Wir sind für den Mittelstand, für den kleinen und Mittelstand. Wir sind für die Mittelschicht, für die Rentner, für die Kinder. Wir sind für alle da. Unser Fokus liegt natürlich auf wirtschaftlichen Themen. Das ist ganz klar, aber Wirtschaft und Gesellschaft hängen immer zusammen. Und an der Stelle einfach auch nochmal der Aufruf an euch. Bleibt uns gewogen, bleibt mutig. Benutzt euren gesunden Menschenverstand, wo es nur geht. Lasst euch nichts erzählen. Geht auf die Themen gemeinsam. Lasst uns die Themen gemeinsam angehen. Wir sitzen alle in einem Boot. Egal, ob wir in der Wirtschaft als Geschäftsführer, als Unternehmer, als Mitarbeiter, als Rentner, als Mitarbeiter in einer Verwaltung, in einer Behörde. Es ist egal, wir sitzen alle in einem Boot. Und wenn das Boot untergeht, dann gehen wir alle gemeinsam unter. Und wenn wir das Boot gemeinsam flicken, dann gehen wir alle gemeinsam guten Zeiten entgegen. Und das ist mein Wunsch, dass das so bleibt. Wir als Mittelstandsgruppe und Stutt Heinig, wir werden uns immer wieder an euch zurückmelden. Wir haben die ein oder andere Sache schon in Gedanken, Andreas, Heiko. Aber es ist, glaube ich, momentan zu früh, noch darüber zu reden. Wir treffen uns jedenfalls alle 14 Tage. Und hier an der Stelle auch nochmal stellvertretend für alle die, die in der Mittelstandsgruppe sind, die auch immer oben auf den Trailern oder auf den Tribünen standen. Die grüßen euch heute auch alle herzlich. Die sind alle dabei. Wir sind heute nur die Vertretung, weil hier nicht alle reinpassen und es auch den Rahmen sprengen würde. An der Stelle bleibt tapfer, bleibt mutig. Vielen Dank für alles das, was wir gemeinsam bisher gemacht haben. Und wir sind keine Sternschnuppe, die einmal aufscheint und dann vergeht. Wir bleiben da. Und in dem Sinne, habt eine gute Zeit. Und wenn ihr das Bedürfnis habt, mit uns ins Gespräch zu kommen, uns was mitzuteilen, uns was zu sagen, dann meldet euch über die verschiedenen Kanäle, über die E-Mail-Adresse, sprecht uns persönlich an. Wir sind da. Wir leben hier. Wir sind nicht aus der Welt. Und das wird auch so bleiben. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.